Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 27. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1089. Heute mit den folgenden Themen. Twitter, Kapo, You, Clubhouse und den internen Hinweis. Ich beginne gleich mit Twitter. Die haben nun sie wieder freigegeben. Und sie, damit meine ich die Twitter-Verifizierung. Wer also unbedingt so einen blauen Haken haben möchte, kann das jetzt endlich wieder anfragen. Sich registrieren, verifizieren lasse, besser gesagt. Das aber, komme ich gleich dazu mit ein paar Einschränkungen. Aber Twitter meint, we made it. Sie sollen dieses Mal das Ganze endlich geschafft haben. Und dann ist die Hoffnung da, dass es nicht in ein paar Tagen wieder heisst, wir müssen das Ganze einstellen. Nach wie vor gilt, verifizieren lassen kann, wer eine Regierung ist, ein Unternehmen, Marken oder Organisation, ein Nachrichtendienst, beim Nachrichtendienst arbeitet oder Journalistin ist, in der Unterhaltungsbranche arbeitet, Sport und Gaming betreibt und Aktivistenorganisationen und andere erfolgreiche Personen. Also der Normale dort draussen, wie ich zum Beispiel, wird da wahrscheinlich gar keine Chance haben. Deshalb, ja, mir ist der blaue Haken nicht so wichtig, weshalb ich mich aktiv damit auch nicht auseinandersetze. Vielleicht finde ich irgendwann mal Zeit und nee, bringt eh nichts. Mal schauen. Nicht nur bei Google gibt es Probleme mit Werbepishing. Werbepishing, was ist damit gemeint? Wenn ihr einen Suchbegriff, nehmen wir an, ihr möchtet das neueste Update von iTunes suchen. Gut, dann geht man nicht über Google, das ist eine andere Geschichte. Man geht auch nicht über Bing. Bing hat nämlich auch solche Probleme wie Google. Da kaufen sich Unternehmen, also nicht Unternehmen, sondern eben nicht so nette Menschen, in die Suchresultate ein und lassen euch auf einer fremden Seite landen. Was heisst jetzt das? Ihr sucht nach iTunes Update, seht da eine Anzeige, klickt drauf. Da wird von euch euren Zugangsdaten vom iTunes Account abgefragt. Dann natürlich auch noch die Kreditkartendaten und schon seid ihr ein bisschen sehr viel Geld los. Ja, wie gesagt, Update von iTunes sucht man anders. Wenn das jemand nicht weiss wie, schreibt mir eine Mail. Ich helfe euch dabei gerne. Ansonsten gilt, wie immer, wenn ihr googelt oder binkt, was auch immer, und da Suchresultate seht, schaut euch die URL an, schaut euch die Titel an und dann, bevor ihr was macht, was da drauf gesagt wird auf den Seiten, checkt ihr wirklich nochmals, was das wirklich für eine Seite ist. Vielleicht mal das Impressum anschauen, solche Geschichten. Beim Schweizer Fintech EU gibt es neu Fractional Trading. Wem das nicht sagt, das ist die Möglichkeit, sich zu beteiligen an Firmen, Aktien zum Beispiel, die man sich sonst nicht leisten könnte. Nicht leisten könnte ist damit gemeint, wenn man sich zum Beispiel eine Google-Aktie kaufen möchte, braucht man dafür 2800 Währungseinheiten, bei Netflix sind es 600 und bei Tesla 750. Wenn man nicht so viel auf einmal investieren kann, will oder möchte, dann kann man das zukünftig da partional machen. Nur für, also ab 25 Währungseinheiten geht es los, kann man sich da beteiligen an solchen Stückchen. Muss man sich genau einlesen, um was es da geht, was da für Möglichkeiten bestehen und Einschränkungen auch, dann gehört einem natürlich auch keine, in dem Sinn Aktie, aber das ist ja über solche Lösungen eher weniger der Fall. Wie gesagt, wer sowas nutzt, gut einlesen, was es ist und sich ein bisschen schlau machen. Was aber viel interessanter ist, EU kann jetzt endlich auch in Echtzeit handeln, das heisst, wenn ihr eine Aktie heute kauft, wird es nicht erst am Abend, Nachmittagabend, wenn sie ihre ganzen Tradings machen, durchgeführt, sondern in Echtzeit. Das ist schon mal eine gute Neuigkeit. Noch zwei weitere, wir bleiben bei you. Es wurden zwei neue Kryptowährungen eingeführt, Solana und Uniswap. Uniswap muss ich mir gleich klicken, weil ein herziges Pony und dann auch noch Pink. Bitte, das ist keine Finanzberatung, nichts in dem Richtung. Somit unbedingt zuerst schauen, was ihr da und worin ihr da investiert. Wer übrigens dieses You mal ausprobieren möchte, PH4TV9, Link dazu in den Shownotes und im Podcasts eueres Vertrauens, wäre der Freundschaftscode, womit ihr gleich 500 Swisscoins gutgeschrieben bekommt. Dann geht es weiter mit Clubhouse und da gibt es eine Möglichkeit, um mit euren Freunden und Bekannten zu quatschen, zu plaudern. Die sogenannte Wave-Funktion hat nichts mit Google Wave zu tun. Ihr könnt jetzt einfach neben den Kontakten auf die gelbe Hand, die winkt, klicken und dann winkt ihr bei eurem Gegenüber. Der wird dann gefragt, möchtest du gleich mit dem Typen da quatschen oder maybe later? Wenn er nicht maybe later drückt, dann seid ihr gleich verbunden und können miteinander quatschen. Liebe Kinder, Telefon, kennt ihr das? Auch eine Möglichkeit. Zu guter Letzt habe ich einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Am Wochenende, genauer gesagt am Samstag, morgen haben der Mike und ich noch eine zweite, eine zusätzliche News-Folge der letzten Woche aufgezeichnet im Geek Talk, dem Motto-Format. Dabei ging es vor allem um das Microsoft Surface Event und dann noch um unsere ersten Erfahrungen mit den neuen Smartphones. Denn sie sind da, die neuen Apple iPhones. Wer da ein bisschen reinhören möchte, unbedingt auf den Link klicken oder den Podcatcher auf die Weiterleitung in dem Sinn und schaut euch das Video an, wenn euch das neue iPhone 13 interessiert. Da habe ich ein kleines gedreht dazu. Ich werde das auch noch in die Shownotes hängen. Genau, gute Idee. Das war es zum Wochenstart. Ich hoffe, ihr habt gut in den neuen Tag gestartet, in die neue Woche und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.